Guck mal hier, komm ich mit den Jungs, krieg ich den großen Raum, jetzt krieg ich immer so einen kleinen. Die sind halt ein bisschen so, ich bin irgendwie 17 und fast skateboard, ne? Ja, der könnte auch von Billabong sein. Der sieht auch wie so, ich fahr kämpfen und will mich an Jumann lassen. Also, die machen Blöte. Ja. Ich bin total kalt, guck mal, ich werde kalt, ne? Ja, das ist krank. Ich glaube, ich werde krank. Wieso, total kalt? Ja, sag ich ja, wir essen den ganzen Tag kalt, scheiße. Ach, meinst du, ich brauche einen Drink, ne? Desinfizieren mal wieder, ja. Wir machen gleich mal einen schönen Champagner auch, dann redet mich das auch besser. Dann kommt das Flüssiger, ne? Du kriegst deinen Whisky auch. Ähm, ihr würdet ja nachher erstmal da auf dem Problem sitzen. Und zwar darfst du bei einem fein Stühlen und dann würden wir hier rüber gehen, oder ihr würdet rüber gehen und dann füllen die Musik. Dann darfst du hier rüber retten. Die sehe ich gerne. Die sehe ich gerne, die Jungs, magst du die gerne? Ja, die magst du gerne, die Jungs. Mal noch das Kabel rein. Wir gehen erstmal raus. Also, wie können die denn du ein? Das ist ein bisschen besser auf dem Weg. Finde ich kurz. Das hier alles hier. Ich hab mich auf. Ich hab mich auf, das hier alles nicht nach Vorschrift. Interessant, ne? Das hat alles so funktionieren. Du, das ist wohl schon hochinteressant, ne? Ja. Du wohnst hier. Tschüüü, nicht dort. Guck mal, ich bin auch bereit. Ah, je. Wir haben jetzt noch Interviews. Und dann geht's danach wieder zurück zu Markus. Und dafür mach ich mich immer hübsch. Aber wir machen sehr verschiedene Looks. Ne, da beim Lanz, was mach ich da immer? Ach ja. Da gibt's heute einen schönen Wonsi. Also in diesem 70s-Look heute. Ja, hier ist großes Fitting vielleicht. Weiß. Ja? Nicht ne Stoffhose? Ne? Ne, finde ich mal... Guck mal. Oder? Ohne. Finde ich besser. Nein, es könnte jetzt aber auch sein, dass du John Luca bist. Du schmeißt gerne mal ein Mashum und spielst auch in Thailand mal Gitarre. Machst du mit mir drauf aber auch? Oder ne? Yoga Session. Das sieht so ein bisschen nach Yoga Session aus. Und du machst auch Lichttherapie. Machst du auch. Machst du auch. Für andere. Mit kleinen Schalen. Und Lichttherapie mit kleinen Schalen. Ja, hab ich gemacht gerade. Der macht ja... Hallo Bill, was denn du aber? Mit Jeans. Ich würde... Ich würde wahrscheinlich... Naja... Ja. Ich meine, man muss ja auch immer wissen, ich sitze hier auch, ne? Ja, finde ich gerade deswegen finde ich Jeans besser. Ich würd auch Jeans machen. Jeans mit den Dingern. Ja? Sehr gut. Schulter nach hinten. Brust rein, Bauch raus. Ja. Weniger Schultern. Ja. Ja. Und Drehung. Bauch raus. Jawoll. Und ab. Chill. Zu lang, zu lang, zu lang. Ja? Ja? Kommt das denn fertig? Wollen wir dich los? Ja. Ja, los, let's go. Heisen fahren wir los. Du war aber ein bisschen lustlos jetzt, der Run. Oder? Let's go. Ack mal, vielleicht haben wir's auch noch mal. So, komm. Hast du da ein In-Yots Bild? In-Yots? Die sind doch da vor Ort oder nicht? Vor und? Ne, die haben wir alles mitgenommen. Oder doch vor und? Vor und? Ich will holen. Komm mal, ich will holen. Ich will holen. Ich will holen. Was ist das hier, sag mal? Hart wie Stein. Kaffee. Ack mal. Fall in Japan? Fall in Japan? Fall in Japan? Fall in Japan. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ja, ich komme gerade aus einer schwierigen Beziehung und so weiter und irgendwie, wenn's nie wieder passiert ist, ist auch okay. Ja. Und das klang so ein bisschen traurig und ich hab damals gedacht, hoffentlich wieder fertig. Ich hab das Gefühl, ich muss das auch mal sagen, wenn's mir nie wieder passiert ist, ist auch okay. Ich hab das Gefühl, dass die Türen in die andere Richtung aufgehen. Hat's euch gefallen bei Markus? Ja, es war sehr schön bei Markus. Nee, war eine gute Sendung, Auftritt lief gut. Können zufrieden sein. Können wir ins Bett fallen und morgen geht's schon weiter mit Tag 4. Auf eurem Video. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Super. Ich danke euch.